Manchmal steckt die Wut in mir. Manchmal kann ich witzig und locker sein. Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal von euren Gefühlen hin- und hergewirbelt werdet? Wenn wir dann einen Schritt zurücktreten, uns gegenseitig zuhören, dann können wir voneinander lernen. Ich sage Welt, hier komm ich, weil ich bin, wie ich bin. Wenn, wie ich bin, wie ich bin. Ich bitte zum Beispiel, wie ich bin. Ich habe ein bisschen clue, dass ihr klemmt.